Ein herzliches Hallo von mir an euch. Willkommen zu einer neuen Folge Dead by Daylight und es ist Sonntag, also spielen wir Killer. Ja, hab ich mir so gedacht. Und es ist die zweigeteilte Map. Das gefällt mir. Dann verteidigen wir hier drüben die Generatoren. Ja. Ähm, wir spielen die Legion. Und ich glaube, wir spielen gegen Trollololz. Also wir haben auf jeden Fall, wir haben einen Schlüssel dabei, wir haben einen Medikit dabei, wir haben China-Böller dabei. Ähm. Ich hätte sie in meiner Fähigkeit anschlagen sollen. Dann hätte ich die anderen vielleicht gesehen. Nice. Strido. China-Böller sind weg. Ich weiß auch nicht, wieso oder weshalb, warum. Aktuell bekommt man im Blutnetz China-Böller. Also ich weiß nicht warum. Es gab es doch immer nur zum Event. Hier ist niemand sonst dran. Als ob ich dich dort nicht gesehen hab. So, und wir müssen dann mal gucken. Wir müssen auch mal unsere Fähigkeit einsetzen. Ich will halt eigentlich nicht weg von der Map-Hälfte hier. Ich weiß, dass das dann am Ende auch sehr stressig sein kann, wenn man die Leute vorher nicht aus dem Spiel bekommt. Aber. Dein Ernst, Legion? Das ging daneben? Wirklich? Oh, ich hab Pop. Na gut, ich hab Pop jetzt einmal verschwendet. Mach mal jetzt Pop drauf. Der Keller ist halt leider auch auf der anderen Seite. So. Gucken. Hier wurde nicht weitergearbeitet. Und gehen wir auch einfach mal dagegen. Oh, hallo. Oh, es tut mir leid. Ich will nicht tunneln. Entschuldigung. Auch wenn du verletzt bist. Aber. Hier ist jemand langgerannt, der keine Blutspuren... Oh, es war ein Reifen. Wie peinlich. Äh, ich dachte, da hockt jemand. Aber du hast doch keine Blutspuren. Ah. Hier. Ja. 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 Hier ist wer hingelaufen, auf jeden Fall. Ich will halt... Ach, das ist so doof. Ich sag immer, ich will nicht tunneln. Aber ich renne halt dann doch hin und haue sie um und lasse sie liegen. Die Fängen hatten wir, glaube ich, noch nicht, oder? Nee, wir hatten die Sarina und die Meg. Nehmen wir jetzt die Fängen. Ich habe meine Fähigkeit noch nicht einmal eingesetzt. Ich bin voll der M1-Dude. Du bist die mit dem Schlüssel, ne? Oder? Hast du die mit dem Schlüssel? Ich bin voll der M1-Killer. Aber das ist auch nicht so schlimm. Oh oh. Weil... Ich bin Rang 20. Ja, ich spiele seit dem letzten Rank Reset jetzt das erste Mal. Und laut Rank Reset wurde ich von Rang 1 auf Rang 20 zurückgesetzt. Ich war noch nie Killer Rang 1. Da war jemand, glaube ich. Habe ich richtig gesehen. Ähm... Aber laut DBD war ich Rang 1 Killer. Jetzt bin ich auf Rang 20 zurück. Ich muss ja hier perfekt spielen. Ich glaube, die Sarina, die ist ein bisschen besser im Rang. Sie hat aufgegeben. Ich bin so ein richtig schlechter M1-Killer. Richtig schlecht. Nicht einmal die Fähigkeit genutzt. Gucken, ob sie sich jetzt sterben lässt. Das geht ja jetzt nicht mehr so schnell. Man muss ja jetzt warten, bis die Skillchecks kommen. Sie ist gerettet. Der Generator ist aus. Wir werden ja wenigstens mal rennen, um schneller zu sein. Ich denke, du hättest reinspringen sollen. Ich wäre dir nicht so schnell hinterhergekommen. Ah... Es tut mir ein bisschen leid. Ich würde schon sagen, dass ich eher so ein Rang 13 Killer bin. Und ich möchte auch gern, ja, eine Herausforderung haben. Aber... Hier sind Blutspuren. Kratzspuren. Aber das Spiel gibt mir nicht so wirklich eine Herausforderung gerade. Ich weiß, sie ist schon verletzt. Ich weiß, sie ist schon verletzt. War das ein Deadheart? Ist hier ein Deadheart dabei? So, nicht... Jetzt sind wir hier hinten, gehen mir aber auch bald die Haken aus, ne? Oh Gott, die Arme. Die hat jetzt dort hinten eine Palette gezogen. Sie hat auch aufgegeben. Aber was soll ich machen? Ich bin ein Killer. Ich muss... Wenn sie Glück hat, kriege ich sie nicht mal an den Haken. Ich habe hier hinten keine Haken mehr. Ah! Also wenn Sarina clever ist... ...lässt sie sich dort hinten von mir umhauen. Dann kann ich sie eh nicht mehr aufhängen. Weil alle Haken weg sind. Klar, ergreifen kann ich sie nicht. Upsi! Ach na ja. Ja. So richtig verdient, weiß ich nicht. Ich gönne mir die Haken ja selber nicht. Wenn Yui ein Glück hat, findet sie jetzt die Luke. Wann soll es so sein? Ich glaube, sie ist dort hinten geblieben. Ach nee, da. Okay, sie steht auf der Luke, kann das sein? Nochmal ein Reinbürgen am Ende, in dem man auf der Luke stehen bleibt. Ja, es war jetzt nicht... Bisschen mehr Action hätte ich mir schon gewünscht. Ich weiß nicht, ob ich sehen kann, wie viele Spielstunden die haben. Da steht nix. Da steht auch nix. Ich weiß nur, das sind... Also die beiden, Links und Haru, sind aus Deutschland. Okay, Rang 16 oben hat 1400 Spielstunden. Yui. 1400 Spielstunden? Cheater! Ach so. Ach so. Gut zu wissen, dass ich ein Cheater bin. Chat. Äh, nicht Chat. Sorry, ich bin ja auf YouTube. YouTube, ich bin ein Cheater. Seht ihr das? Ich bin ein Cheater. Ähm. Ja. Ja. Danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, die nächste Killer-Runde wird ein bisschen spannender. Ähm. Oh Mist, mir fällt gerade ein. Ich hätte ja noch gucken können nach dem Anhänger. Aber das Endgame hat ja gar nicht begonnen. Der wäre ja nur da gewesen, wenn ich die Luke geschlossen hätte, ne? Okay. Ist also hinfällig. Ihr Lieben, bis zum nächsten Video. Macht's gut. Danke fürs Dabeisein und bis ganz bald. Adieu. Ja. Amimi. $9,3 försö. $9,3 cut. $9, Tje. Untertitelung des ZDF, 2020